Freunde, bevor wir ins Video starten, ganz kurzer Hinweis, ich bin jetzt drüben live auf twitch.tv slash highscoreheroes und wir werden gemeinsam Overwatch spielen und zwar beschäftigen wir uns mit dem, was nach dem Intro gleich passiert. Double XP, die wollen wir heute gemeinsam verdienen. Kommt also gerne rüber, wenn ihr das Video gesehen habt und jetzt geht's ins Intro. Moin moin Freunde, hier ist Asha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch Video und vor wenigen Minuten habt ihr gesagt angekündigt, es findet mal wieder eine Double XP Woche statt und die beginnt genau jetzt. Ja, sehr überraschend habt ihr gesagt angekündigt, bis zum Ende des Overwatch Anniversary werden wir Double XP haben, das heißt, wenn ihr irgendwie noch auf der Jagd seid, euren Account von den Leveln her zu boosten, das heißt, euch einen Silberrahmen, einen Goldrahmen verdienen wollt oder wenn ihr gerade erst anfangt und möglichst schnell auf Stufe 25 kommen wollt, ja, jetzt ist eure Chance gekommen oder halt auch wenn ihr schnell mal durch ein paar Level durch wollt, um noch ein paar Lootboxen zu verdienen, sollte man auch nicht unterschätzen. Jetzt ist momentan der Zeitpunkt, wo ihr bis zum Ende des Anniversary nächste Woche noch Double XP verdienen könnt und, naja, um euch ein bisschen an die Hand zu nehmen, dachte ich mir, wir gehen heute mal durch und sprechen darüber, was sind die effektivsten Wege, um eigentlich XP zu verdienen. Vorweg sei dabei gesagt, bitte macht nicht den Fehler und geht in den Custom Game Browser, wo es vermutlich wieder Dutzende AFK Double XP Lobbys oder sowas geben wird. Earn Fast XP, ganz ehrlich, diese Lobbys werden grundsätzlich von Blizzard zugemacht, Blizzard bestraft die Leute, die solche Lobbys aufmachen, also macht gar nicht erst den Fehler. Ganz ehrlich, es ist ein doppeltes XP-Wochenende oder doppelte XP-Woche. Ihr werdet in den nächsten Tagen also so viel XP verdienen können und, ja, ich will euch heute ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, wie das am einfachsten geht. Ja, vorweg sei dabei gesagt, die Modi, in denen ihr wirklich am meisten XP verdient, sind zum einen Competitive und zum anderen ist das das Quick Play. Die Arcade gewährt tatsächlich gerade mal 80% der regulären XP, wir reden aber gleich über Base XP auch noch, während dann sowas wie gegen Bot-Spielen nur 90% der regulären XP gibt, also auch deutlich weniger. Es macht also wirklich am meisten Sinn, Quick Play zu spielen, es macht am meisten Sinn, Competitive zu spielen, weil da natürlich auch die Matches sehr lang sind. Und vorweg, und das ist eigentlich so mein Basistipp, sucht euch in den nächsten Tagen am besten erstmal einen Freund, denn wenn ihr in einer Gruppe spielt, bekommt ihr grundsätzlich 20% mehr XP. Das ist schon mal grundsätzlich festgelegt. Da kommen dann noch die Double XP natürlich drauf, also egal was ihr macht, am besten mit einem Freund spielen und das ist schon mal eine gute Grundlage. Ja, dann reden wir mal so ein bisschen über Basis-XP und wir reden jetzt über ganz normalen Werte ohne die Verdopplung, denn für jedes abgeschlossene Match in Overwatch bekommt ihr 150 XP-Punkte in einem ganz normalen Quick Play. Erringt ihren Sieg, sind das mal eben 500 XP, spielt ihr eure Matches weiter, das heißt, ihr macht nicht nur ein Quick Play, geht danach in die Lobby zurück, sucht euch ein neues Match, sondern ihr bleibt sozusagen in eurer Gruppe, ihr spielt weiter, ihr geht ins nächste Match, dann sind das pro weiterem abgeschlossenen Match nochmal 300 XP. Ja, hinzu kommt natürlich, euer erster Sieg des Tages gibt euch dann mal eben so knapp 1500 XP, ist also auch ganz nett, das heißt, mit den Double XP seid ihr alleine mit diesem ersten Sieg des Tages schon bei knapp 3000 XP. Da muss gesagt werden, wenn ihr es schafft, Medaillen zu erringen in euren Matches, sieht das auch so aus, dass ihr dafür XP bekommt, und zwar zählt nur eine Medaille und auch nur die höchste, dabei sieht es so aus, eine Goldmedaille, die ihr erringt, bringt euch 150 XP, eine Silbermedaille 100 XP und eine Bronzemedaille 50 XP. Das funktioniert also nicht, wenn ihr jetzt dreimal Gold irgendwo habt, dass ihr dann dafür im Grunde genommen 450 XP bekommt, ihr bekommt nur einmal 150 XP, aber naja, ihr seht gerade die Liste, wenn ihr das alles mal so hochrechnet, das sind jetzt die Standard XP-Raten, das ist schon eine ganze Menge, und das dann nochmal verdoppelt, ja, kann sich tatsächlich sehen lassen. Wie ich dann vorhin schon erwähnte, Competitive, wir haben jetzt gerade nur über das Quickplay gesprochen, Competitive gibt euch dann tatsächlich sogar ein bisschen mehr XP. Hier sieht es nämlich so aus, dass ihr pro Match nicht nur 100 XP kriegt, sondern ihr kriegt 115 XP. Heißt also, wenn ihr in einem Match regulär diesen Matchabschlussbonus von 150 XP bekommen würdet, wären das 173. Wie gesagt, auch hier muss die Double XP natürlich draufgerechnet werden. Also, was sich wirklich am meisten lohnt, ist einfach Competitive und Quickplay, und das würde ich euch dann auch empfehlen, in den nächsten Tagen zu spielen. Versucht möglichst gut zu spielen, das muss man auch ganz klar sagen, denn, wie gesagt, Medaillen helfen euch in dem Sinne, erster Sieg des Tages hilft euch. Es bringt auch was, wenn ihr tatsächlich Glück habt, und ja, so als Füller in ein Match reinkommt, dann kriegt ihr auch nochmal ein bisschen Bonus XP. Wie gesagt, was ihr so ein bisschen aus dem Weg gehen solltet, ist der Spielbrowser, weil der sehr wenig XP gibt. Workshop-Games geben gar keine XP. Das ist super sad, um ehrlich zu sein. Aber wenn ihr möglichst effektiv sein wollt, dann Competitive oder Quickplay. Ja, viel mehr gibt es an der Stelle gar nicht zu sagen. Geht los, sammelt XP, und ja, falls ihr Bock habt, kommt gerne im Stream vorbei, und wir spielen ein bisschen gemeinsam. Wenn Ihr habt, sagt Everybody encima. Musik Untertitelung des ZDF, 2020